Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Dürmerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkund... Nein? Erkundungsteam Himmel! Es ist Zeit, der letzte Dungeon, das Finale im Zeitturm, findet statt. In der letzten Folge haben wir die alten Ruinen erreicht, Zwirfinst geschlagen und Reptane hat sich geopfert und ihn mit zurück in die Zukunft genommen. Und nun sind wir hier, bei unserem letzten Abenteuer. Und Schmünters letzten Abenteuer mit Fragezeichen, wie wir erfahren haben. Wenn die Geschichte verändert wird, werden alle Pokémon aus der Zukunft verschwinden. So auch Schmünter. Nur Fragezeichen-Man weiß nichts davon. Bist du bereit, Schmünter? Ja. Zeitturm, richtig guter Soundtrack. Rein! Rein da! Ich habe Angst vor dem Dungeon. Der kann einen komplett fertig machen, wenn man Pech hat. Der Dungeon kann einen so auseinandernehmen. Das darf man keinesfalls... Wisst ihr was? Vor dir, Haufen Kot, habe ich so wenig Angst. One-Hit! Okay, Grimmsamen sind nicht unbedingt das schlechteste Item. Safe State. Hier. Ich will ganz vorsichtig sein. Oh, wieder sehr bei der Treppe gespawnt. Jawohl, ich habe Glück. Aber... Vergesst nicht, was im verborgenen Land und Hochland war. An sich lief es die meiste Zeit relativ gut. Aber dann die eine Situation, in der mein Spawnraum ein Monsterraum war. Und bei meinem ersten Durchspielen hatte ich im Zeitturm genau dieselbe Situation. Und das kann wirklich sehr böse enden. Warum laufe ich da nochmal drauf? Hier sind sehr viele Samen, aber keine Belebersamen. Und diese Viecher hier sind so broken, Alter. Gebt euch das. Das Ding nimmt mich auseinander. Komm, wir müssen das kriegen. Nein! Ja! Die Lunasteine hier sind so verdammt stark. Was für eine Art Item ist das? Nein! Du bist doch dumm, Alter. Okay, aber... Wenn wir jetzt nicht beide verfehlen. Ja. Geschafft. Ja! Ja! Belebersamen! Fucking Belebersamen! Ich bin sehr vorsichtig, aber ich werde, vor allem jetzt, wo ich drei Belebersamen habe, vermutlich nicht resetten einfach, wenn ich einen verliere. An sich weiß ich, ich kann die sehr gut für den finalen Bosskampf brauchen. Aber so Pussy-like werde ich dann auch nicht spielen. Wenn ich jetzt nicht in eine Situation gerate, wie so einen Monsterraum, in dem ich spawne, werde ich nicht resetten im Zeit-Turm. Die Sache ist nur nicht, dass das mit dem Monsterraum so wahrscheinlich passieren wird, leider. Ich bin mir so sicher, dass das einfach kommt. Okay. Die Musik ist halt einfach absolut nice hier. Wir kommen bisher ziemlich gut durch. Und ich weiß schon, was gleich passieren wird, alleine, weil ich das jetzt gesagt habe. Mein Ernst, ich bin mir gerade so sicher, dass ich in meinem letzten Playthrough eine Ebene hatte, die eins zu eins genau so aufgebaut war. Ich bin mir da so sicher. Nein, die Box bitte nicht einpacken. Was will ich mit einer Box? Sehr schön, verfehlt. Eine Itemsperre. Das war jetzt ein bisschen unnötig, aber egal. Uff. Jetzt Zeit, die ersten Donnerblitze zu ballern. Zwei Bisse reichen für das Viech. Die Sackgasse war mies, aber ich habe sie über... Vor allem, gebt euch die Ebene. Ich bin im Raum links unten gespawnt. Die Ebene hat nur vier Räume. Wir kommen gut voran bisher. Okay, das wird jetzt zum ersten Mal tricky. Ich würde sagen, das Beste ist, wenn ich... Fragezeichen, man. Einfach vertraue, was das linke Lunarstein angeht. Und hoffe, dass das rechts genau läuft. Nein, äh, falscher Knopf, ich Idiot und ich. Warum vertraue ich, Fragezeichen, man? Aber die hauen beide einfach nur normal zu. Alter. Okay, Fragezeichen, man ist fertig mit seinem Teil. Kriegt noch ein Level ab. Auf 32. Nein! Okay, einer meiner Belebersamen ist weg. Einer meiner Belebersamen ist weg. Scheiße. Wenn das Ding nicht komplett kacke macht, dann bin ich im Eimer. Oh Gott, es boostet sich noch höher. Hypnose ist so dreckig. Jetzt sperrt es noch meine Items. Moment. Wenn es mich jetzt töten würde, hätte ich dann verloren? Jetzt mal im Ernst. Wenn es mich, während ich einer Itemsperre unterliege. Äh, wenn es meine KP auf 0 senken würde. Hätte ich dann verloren, weil der Belebersamen nicht eingesetzt werden kann? Wird der von der Itemsperre blockiert? Das ist eine sinnvolle Frage. Das müsste ich irgendwann echt mal gucken. Noch ein bisschen Geld, aber die Ebene ist auch überstanden. War bisher vermutlich mit die komplizierteste. Saving tue ich jetzt trotzdem nochmal. Okay, das Lunarstein schläft. Aero Ass. Das Lunarstein... Oh, ist tot. Wegen Crit. Okay, weiter. Na, danke dafür. Warte. Einen Apfel nehmen. Ich nehme den jetzt. Ärger sagt. Nehmen meine ich jetzt mal mit. Warum soll ich den nicht einfach essen? Dann ist mein Magen wieder voll. Ist mein Ernst? Das ist eh so ungewöhnlich für mich, Jan. Ah. Es steigert seine physische Defense. Hilft dir bloß nix gegen meinen Donnerblitz. Alter, gebt euch dieses Teil. Fragezeichen, man. Du musst auf jeden Fall gut... Ah, die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Ja. Ich wollte mich gerade so aufregen. Aber die Sonne scheint. Deswegen wurde der direkt eingesetzt. Hoffentlich. Ja, okay. Ich hatte jetzt echt kurz Angst, dass das Ding es schaffen kann, mich zu töten. Mein Ernst, das ist in Team Himmel so ungewöhnlich, nachdem ich... Wie der letzte Raum. Nachdem ich Super Mystery Dungeon gespielt habe. Also, man bekommt gefühlt nicht ein Drittel von dem Anhunger, was man da bekommt hier. Okay, weiter. Ist natürlich 100% klar. Aber ich kriege die Treppe. Zeit um Ebene 11. Ich glaube nicht, dass diese TM... Falscher Knopf. Irgendwas wird, das mir groß hilft. Aber man darf ja mal gucken. Schön. Schaufler. Weiß ich nicht. Kann, glaube ich, keiner erlernen. Aber es auch nicht... Also, ich muss sagen, gegen den Endboss wäre das vermutlich richtig gut. Ich glaube, eh gegen den, muss ich sagen, ist mein Team gerottenschlecht. In meinem ersten Playthrough hatte ich... Ja, einen Energieball habe ich schon... Fug. In meinem ersten Playthrough... Hier scheint die Sonne nicht. Hatte ich schon genug Probleme bei dem Endboss. Ich hatte einen Belebersamen. Und habe irgendwie locker neun oder zehnmal meinen Safestate laden müssen, bevor ich es geschafft habe. Da bin ich... Da bin ich wirklich gespannt. Damals hatte ich nämlich zumindest noch ne sehr effektive Attacke im Moveset. Sehr schön, dass... Ja, okay. Das Ding kriege ich auch down. Begrenzer. Ey, diese Attacke ist auch so mies. Das ist eigentlich genauso wie Paralyse. Bloß, dass man sich bei Paraly... Ne, bei Paralyse kann man sich auch nicht bewegen. Was labere ich? Okay, dann mach du das Fragezeichen, man. Nicht gut. Der macht jetzt mit jeder Attacke 30 Damage, der Gegner. Selbst mit einem neutralen Hit. Aber dafür... Das ist, glaube ich, verdammt gut, wenn man irgendwelche Multiple-Hit-Attacken nutzt. Okay, Ebene 13. Oh, ich hatte einen Moment beim Aufbau des Raumes Angst. Aber nee, ich glaube... Okay. Wir müssen kämpfen. Ich glaube, damit das ein Monsterraum hätte sein können... Ich liebe Diagonal gucken mit Tastatur. Warum mache ich es nicht einfach so? Auf jeden Fall muss das Ding zuerst bekommen. Danke. Nicht danke. Okay, tot. Was? Doch, tot! Ich wollte mich schon freuen, aber das Ding haut einfach so rein. Erster Belebersamen von 3 ist weg. Fragezeichen, man. Bitte sei schlau. Danke. Oh. Okay. Ebene 13. Erster weg. Zwei übrig. Oh, scheiße, 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 scheiße. No risk. Okay, das ist eigentlich dumm von dem. Der macht mehr Schaden, als er durch Seah jetzt festlegt. Schminter macht der 50 Schaden. Was ist daraufhin die beste Konsequenz? Er macht eine Attacke, durch die all seine Angriffe safe 30 machen. Oh, Ladungsstoß ist aber auch verdammt stark. Ich habe ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich immer darauf hoffe, dass ich das irgendwie endlich mal ins Moveset kriege. Kümmer du dich drum. Das Ding ist paralysiert und ich habe AP-technisch. Ich hoffe, ich komme bald zum Mittelpunkt des Dungeons, weil natürlich hat der Zeitturm auch ein Check. Digga! Gebt euch das! Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ja, okay. Wir sind ganz schön hochgeklettert. Wie weit ist es noch bis ganz oben? Äh, noch eine Erschütterung. Diese Erschütterung war sehr intensiv. Es wird wohl noch schlimmer. Der Turm scheint immer schneller auseinander zu fallen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn der Zeitturm die Zeit so reguliert, wie Lapras es sagte, dann wird, sobald der Turm kollabiert, wird die Lähmung des Planeten einsetzen. Dann verlieren wir keine Zeit. Also legen wir besser los, Schmünter. Die erste Hälfte des Temporal Towers ist geschafft. Ein Belebersamen hat es gekostet. Und jetzt kommt der Teil des Temporal Towers, der mir letztes Mal Probleme gemacht hat. Und mir ist jetzt egal, auch wenn ich hier jetzt sauschnell durchballere. Wenn, auch wenn ich hier jetzt irgendwie, übrigens, wenn ich jetzt in den ersten ein, zwei Ebenen sterb werde, ich nochmal resetten jetzt vom Mittelpunkt aus. Es gibt hier jetzt auch andere Pokémon. Zum Beispiel statt Bronze, Silbrossom. Und das war, glaube ich, wieder sehr dumm, dass es das benutzt. Okay, halt, wenn es Neutral Hit macht, ist dafür ganz cool, aber... Auf jeden Fall ist das hier jetzt der wirklich schwierige Teil des Temporal Tower oder auf Deutsch Side-Tour. Fragezeichen, man. Das ist jetzt... Also... Ich glaube an dich. Komm, du holst es, Brutalander. Gluten! Töte es, töte es, töte es! Hä? Es ist tot! Und jetzt komm hierher. Oh Gott, er hat das Brutalander geholt. Hat irgendwas sein... Ah, sein... Speed wurde gesenkt. Oh! Aber ich treffe beide mit Donnerblitz. Oh, sehr schön. Saftig, schmaftig, Alter. Oh, oh. Oh, oh, uff. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr Damage gerechnet. Noch ein Donnerblitz. Beide weg. Ihr seht schon, wir sind hier auf der ersten Ebene. Der Zeit-Turm-Spitze. Und jetzt schon. Zieht es so hart an. Anstatt auf Bronzel und Porygon. Treffen wir jetzt auf Brothor und Brutalander. Der Zeit-Turm ist gut bewacht. Lass das Zeug liegen. Brutalander he... Warte. Ich weiß gerade nicht, ob das auch... Okay. Dieser Kampf könnte absolut tragisch enden. Ich habe gerade keine Ahnung. Okay, war das falsche Brutalander, oder? Neue Attacke. Welche? Ich glaube, ich werde sie nicht nehmen. Oh. Ach so, der Geschmunter. Ich habe Fragezeichen mal gedacht. Natürlich nehme ich das. Das war kein Ladungsstoß, aber ein besserer Biss. Haha. Das war das falsche Brutalander. Ich weiß nicht. Willst du mich? Ich... Das ist ein... Ich schreck auch noch zurück, ne? Ich schreck auch noch zurück. Willst du mich verarschen? Okay. Ich habe gesagt, dieser Kampf kann sehr gut, sehr tödlich... Ja, scheiße. Ich habe zu spät gesehen. Aber es reicht. Ähm... Greift das Ding jetzt noch an? Scheiße, Todbeleber, sagen wir. Belebersamen da! Was? Kann das... Warum kann das Ding zweimal angreifen, Alter? Ich habe gerade so einen Anfall bekommen. Als das Ding einfach noch mal... Donnerzahn bringt gegen Scheinungs... Warum? Was ist denn los? Ist irgendwie mein Speed gesunken, ohne dass ich es bemerkt habe? Ja! Ja! Er droppt ihn! Ich wusste nicht, ob es den Beleber... Nein. Ich wusste nicht, ob es den Belebersamen... Ähm... Wirklich. Dann droppt. Oder vielleicht sogar benutzt. Das war der Grund, warum ich so in Sorge war. Weil wenn das Ding den Belebersamen benutzt hätte... Dann hätte ich ihn erstens nicht bekommen können. Zweitens hätte mich das Ding absolut auseinandergepflückt. Aber wo wir gerade von auseinanderpflücken reden, Alter! Was ist das hier denn? Ey! Nein! Was ist denn hier dieser Abschnitt gerade? Ich werde hier richtig... Die Gegner sind verdammt stark! Boah! Ich weiß nicht mehr, wie lange die Zeit umspitze war. Ich glaube, zehn Ebenen oder so. Ich hätte auf jeden Fall jetzt nichts dagegen, wenn man eine leichtere kommt. Aber ich glaube, stimmt, wegen dem Endboss nochmal. Eine Sache, die ich da vor allem jetzt nicht mit einberechnet habe. Die mir so den Hintern retten kann. Dieses Mal kann ich paralysieren. Bei meinem letzten Durchspielen hatte ich nichts zum Paralysieren. Warum habe ich eigentlich solche Trash-Items? Belebersamen? Ah, schade. Diese Ebene war... Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Ebenen sind aus irgendeinem Grund sauklein im Zeitraum. Oh Gott, Alter, wisst ihr, was für einen Anfall ich gerade hatte? Das war 1 zu 1 der Aufbau des Raumes. Der in meinem ersten Durchspielen im Spawn ein Monsterraum war. Und mich so auseinandergepflückt hat. Der Ladungsstoß ist nicht stark. Das ist das Gute an meinem Team. Die Dinger treffen so schwach mit diesem Ladungsstoß. Ich meine Elektron-Pflanze. Er wird noch einen drücken. Verfehlt Schmünter sogar. Kassiert einen Donnerblitz. Er wird noch einen Ladungsstoß... Oh ne. Ein Tackle. Okay, hier ist die Treppe. Essen wir denn... Essen wir die Metallglocke? Was soll eine Glocke sonst sein? Okay, äh, Bronson. Tschüss. Nein, ich brauche keine Boxen. Scheiße. Okay, aber das ist egal. Fragezeichen an den Krieg. Ich habe mich gerade geärgert, weil ich nur... Hier kommt noch eins. Ja, okay. Das kann aber auch nichts mehr ausrichten. Aber ich lasse mir diese EP hier jetzt nicht nehmen. Ich meine... Vergiss es. Dich hole ich nicht mehr. Am Anfang nach dem ersten Teil des Zeitturms hatte ich schon Angst, dass ich hier viel zu schnell fertig bin und einen gefühlten Zehn-Minuten-Part rausbekomme. Die Sorge bin ich los. Ich hoffe, ich schaffe das noch bis zur Spitze des Zeitturms. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der Bereich hier heißt zwar schon Zeitturmspitze, aber wirklich ganz nach oben. An den allerobersten Punkt. Okay, er kann mich auf keinen Fall one-hitten, wenn er überhaupt noch mal zum Angriff kommt. Tut er aber nicht. Level up. Neue Attacke auch für Fragezeichen, man. Synthese. Oh. Die Sache ist die, an sich würde ich dafür gerne Tackle rausnehmen. Dann hätte er halt nur noch Pflanzen-Attacke. Es ist zwar vielleicht nicht schlau, dass er jetzt keine offensive Attacke mehr hat, die nicht Typ Pflanze ist. Aber ich scheiß drauf. Synthese ist so gut. Wenn Fragezeichen man sich selbst heilen kann. Das hilft sehr, sehr viel weiter. Okay, das Ding lebt. Komm, du kannst mich doch nicht töten, oder? Ne, schon gar nicht, wenn du so ein Dumm... Das ist so dumm, Alter. Uff, gleich noch eins von den Viechern. Lieber ein Donnerblitz. Kann gut sein, dass ich bald ein Top-Alex hier rausdönern muss. Aha, Fragezeichen, man. Warte, hat Fragezeichen, man. Vielleicht. Doch, Solarstrahl und Gigasauger hat er noch. Ich dachte, er greift nicht an, weil er keine Attacken mehr... Ich vertraue jetzt mal drauf, dass die Ebene wieder so klein ist. Okay, das ist jetzt mies. Nein, Paralyse. Aber ich habe einige Silbeeren. Da kann ich gerne eine abgeben. Irgendwas hat anscheinend meinen Speed wieder gesenkt. Das kann ich echt nicht nachvollziehen, in diesem Dungeon. Habe ich eigentlich schon mal angemerkt. Ey. Was ist denn das? Was soll das denn auf einem... Warum... Warum... Was hat mein Tempo denn gesenkt? Nichts! Es ist nicht mal ein Wert als gesenkt markiert. Und das Ding hat doch auch nur einen gesenkten Wert bei sich der Markierung nach. Und keinen gebufften. Wieso könnte... Hier, das hier kann es auch nicht. Alter, das ist so frustrierend. Aber ich hatte ja noch einen Belebersamen gefunden. Das heißt, ich habe trotz allem noch zwei übrig. Ja, hier ganz in der Ecke. Zeitumspitze E6. Safe State. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Easy. Oh, die Zeitumspitze geht hart ab. Aber ich werde es schaffen, solange ich nicht das Pech habe, in einen fetten Monsterraum zu rennen. Fuck. Doppelseitig. Fragezeichen, man. Ich hoffe, du schaffst es von selber, mit dem Ding da hinten zu dealen. Ein Solarstrahl könnte gut reichen. Nein! Du überlebst, jawohl. So, und jetzt tötest du Bronzer. Hä, was? Du lebst? Ich weiß nicht, warum. Ich habe aber eigentlich ziemlich sicher damit gerechnet, dass dieses Porygon Setdown geht. Diese Ebene ist aber mal wirklich so groß, wie man es auch erwartet von so einem Dungeon. Oh, und zwar... Alter, das ist die schlimmste Art Ebene, die es gibt. Ihr seht ja, zigtausend kleine Räume, überall angeordnet. Aber weiter. Wir nähren uns dem Ende des Zeiturms. Okay, das Porygon läuft mit. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler ist zu laufen, weil es vielleicht dann einfach, ähm, sich mal so richtig gönnt und Ladungsstöße rausballert. So, das Ding kommt auch her, damit ich es auch wegnatzen kann. Oh, schön! Und raus! Eisendorn brauche ich nicht. Was ist das? Kraftband? Ich rechne... Ich glaube, das erhöht einfach Angriff oder sowas. Ja, Überraschung. Spezialangriff ist besser, Fragezeichen, man. Brauch absolut keinen Angriff. Der hat nur spezielle Attacken. Ja, doch, Absorber, Solarstrahl, Energieball, müsste eigentlich schon alles speziell sein. Fragezeichen, man. Natürlich kommt der nicht mit. Jetzt musste ich noch einen Schritt laufen. Das Ding muss in einer Runde am besten down gehen. Noch ein Ladungsstoß wäre wirklich arg. Okay, ja, und Fragezeichen, man. Stimmt, der hat ja auch schon Giga-Sauger, um sich selbst zu heilen. Was ist denn mit dem los? Der kann sich verdammt gut heilen. Ach, weißt du was? Ich hab grad ein paar Leben weniger. Warum nicht einfach snacken, wenn ich sie nicht mitnehmen kann? Der hat Agilität oder sowas benutzt. Weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwas, das ihn pusht. aber ihn nicht vor mir rettet. Also, ich hatte echt Angst, dass die Folge zu kurz wird, aber auf jeden Fall haben wir eine dicke, fette, volle Folge. Wie weit genau es noch ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht mehr ewig weit. Komm, nimm ihn raus. Niiiih! Er schützt sich. Schutzschild ist halt so mies, weil das einfach mehrere Runden wirkt. Ja, Schutzschild geht weg. Okay, Brutalander, das war's. Wow. Das reicht natürlich schon. Ach, Magnetflug ist das, was er da macht. Und das ist mir so scheißegal. Dadurch kann er nicht, dadurch bekommt er sozusagen die Fähigkeit Schwebe neben der, die er sonst hat. Äh, ich glaub, Fragezeichen, mein Skiger-Sauger ist auch leer. Ansonsten würde der wirklich so viel, würde der das sonst nicht benutzen. Kann ich dem das nicht? Ich glaub, solange der einen Angriff auflädt, geht das nicht. dann würde ich sagen, hier die Ebene nochmal passieren. Okay, es waren mehr als zehn. Aber irgendwie auch relativ klar, finde ich. Ich werde jetzt Top-Elexier auf Fragezeichen, man. der hatte offensichtlich halt echt nix mehr außer Solarstrahl. Ich glaub nicht, dass ich dich brauche. Erholung, an sich ganz cooler Move, aber in Mystery Dungeon und vor allem kann den eh keiner von mir im Team erlernen. Und weil ich hier praktisch denke, eine Sienelbeere kann ich wahrscheinlich noch brauchen, nehm ich auch lieber die Sienelbeere mit als der Keinste Items ist ein Samen. Leute! Leute! Das war der Temporal Tower. Wenn ihr das große Finale in der nächsten Folge nicht verpassen wollt, der letzte Kampf, das Ending des Spiels, meier meinen nach, das wird vermutlich wieder der beste Part des gesamten Projekts. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da, liked, wenn euch das Projekt gefällt. Ich hoffe, ihr seid auf nächstes Mal gespannt. Es wird absolut episch. Ah ja, und ich werde ein selbst gemaltes Fanart mal zeigen, einfügen, vielleicht auch wirklich zeigen, vielleicht mache ich mit Facecam. Dann, wir sehen uns, bis dann, ciao. Wow.